hab ich passiert aber nix, kommt keiner rein ok wird nix, müssen wir uns wieder einen neuen Job suchen Juhu ich rufe an Martin ich bin in meiner Garage außergerichtliche Eingang ja ich bin in deiner Garage ja ich muss mich schon erinnern schalte den Staatsanwalt aus ja, bist du schon drin? ja oh, ich hab dich gar nicht mehr reingenommen ne? das war gut macht der Gewohnheit ja irgend so'n Vollspaß hat mein Autopilot gemacht ja 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 jetzt bin ich rausgeflogen einfach so? ja ja beim zurückladen ok ok das mit dem Autofahren muss ich echt mal üben ne? ja 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 Was ist jetzt mit ihr? So, jetzt bin ich wieder in der Sitzung. Jetzt rufe ich wieder wen an. Martin. Oh, ist grad schöner Sonnenuntergang. Ja, das sieht manchmal echt mega gut aus. Im Bordell aufräumen, ist ganz geil. Aber ich würde mir erstmal eine Karre außer Garage und ich muss das gleich ohne da stehen, wenn wir losfahren wollen. Ja. 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 wo müssen wir hin zu diesem blauen Kreis auf der Karte da oben ja ich hab ihn nur nicht gesehen ganz schön weit weg ja musst du erstmal ein bisschen hinfahren ich hab mir gerade ein bisschen Panzerung eingebaut und fahre jetzt mit Fernlicht damit keiner mehr was sieht das ist mit dem R8 das ist jetzt dein Lieblingsauto ich hatte gerade mal Lust mit dem zu fahren hast du den geklaut oder gekauft? aber Vollkasko versichert ja sobald du den personalisierst ist er das ja auch hey nur noch 5km das kann sich nur noch um Stunden hangeln müssen wir damit das kann sich nur noch um das kann sich ja auch dass es das kann sich auch immer noch um 闵ierst nào nicht so aus Ok Ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen querfeldein Guck mal ob das so gut war Aber hey Noch brennt das Auto nicht Bist du schon da? 1,13 Kilometer Epic Chevy hat das Spiel verlassen Ach meeein Hey Der Motor hört sich komisch an. Oder das Auto. Ich hab's gleich. Ich bin gleich da. Oh, die schießen auf mich. Hallo. Erstmal in Deckung gehen. Wo seid ihr denn? Oben. Boah, Alter. Die hat mich gut ramponiert, ey. Sind auch mega viele, ne? Alter, die machen mich so kaputt. Alter, ich muss mich hier erst mal gerade... Na, die hauen gut rein. So, wir verpissen uns. Ich musste mal gerade was snacken. Da durchkomme. Da durchkomme. Jo. Ja, genau, Alter. Oh, wie schön der Himmel ist. Das war knapp. Unfall- Du hast doch noch was ab. Ja, das war ich mir. Ich bin erst mal. Ich bin erst mal, schuze, zu viel. Das war nicht. Ich bin erst mal. Du bist wirklich. Ich bin erst mal. Ich bin erst mal. Ich bin erst mal. Ich bin erst mal. Ich bin in St. Ja, nix was denn. Da sollen mal noch ein paar Gegner kommen unterwegs. Ja, nix, 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 nix. Nix, 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 nix. 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 Kein Problem. Nix. Nix. Oh, 18.000 läuft. Ja, aber wir werden schon wieder super lange gebraucht haben dafür. Ja, nix. Ja, nix. Ja, nix. Ja, nix. Ja, nix. Ja, nix. Ja, nix.